die tanki 79 eindeutig eine festival tanki mit zehn tönen auf jeder seite auf 432 hertz der kammer ton bestimmt da 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 Diese Seite ist eine gelische Hexatonik, eine war, eine gelische Hexatonik und diese Seite ist eine arabische Moll Tonleiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, mal was anderes. Wie immer, wer Interesse hat, www.stephanstankis.de Bye!